Wie beginnt es mit, wie du gesehen hast, den ganzen Tag, der Weltklasse, der Führung, die aller Qualitäten, alle Talenten und Besten. Ich bin auch dabei. Es ist wieder so weit. Laureus 2011 in Abu Dhabi. Heute gibt's die Proben, alle sind ganz hektisch, welche fünf Sätze wir fehlerfrei sprechen müssen. Und gleicher Fahrrecht nach dir. Hier, die Dame steht schon da. Erzähl mir jetzt die drei Worte, die ich habe zu sagen. Ist das korrekt? Ja, die zwei Bildschirrenkolle, die man sehen kann, wenn man nach einer von ihnen geht. Die Sachen in der Mitte, die Bildschirrenkolle und die Bildschirrenkolle. Wenn man auf dem Podium geht, wo man mit Kevin. Die Sachen in der Mitte, die wir in den Karten haben. Die Sachen in der Mitte, die wir in den Karten haben. Die Sachen in den Karten haben. Die Sachen in den Karten haben. Und wir können das bis wir uns aufhören. Obviamente, außer mir, wer würde du sagen, dass wir uns auf den Tennis in den nächsten Jahren geben? Genau. Ich war genauer sagen, Kevin Spacely. Aber ich glaube, dass die Zukunft in Tennis passiert. Ich bin sicher, dass Nadal, Federer und Djokovic werden mit mehreren Grands Slams in den nächsten Jahren gewonnen. 23 Jahre und 133 Tage. Er wurde der Sport-Juggest-Emeral-Juggest-Emeral-Juggest-Emeral-Juggest. Sebastian Bette, du bist der Welt-Juggest-Emeral-Juggest-Emeral-Juggest. Oh, danke, Mann. Andres Iniesta. Er ist der High-Juggest-Emeral-Juggest-Emeral-Juggest-Emeral-Juggest-Emeral-Juggest. Und der Winger ist Rafa Nadal. Guten Abend, alle. Ich kann nicht genug bedanken für die Akademie, für mich den mehr prestigiosen Award in der Welt des Sport. Für mich ist es ein Honour, hier in front der besten Sportmann und Sportwoman des Weltes.